hi leute und weiter geht's mit einer weiteren folge minecraft inventions jetzt muss ich kurz meine werkzeuge wiederholen vor allem die dinge hier ich glaube das war es eigentlich was ich brauche ja den rest noch hier drin ich habe das alles mal auf die seite gelegt gehabt weil ich hier die tiere weg habe dann brauchen wir das hier muss weg da habe ich die falsche hin die ist zwar die provider aber ich brauche in dem fall brauche ich die jetzt sie schon wieder nicht die logistik chases markt 2 die muss ich bauen dazu brauche ich es geht eigentlich basic logistic type und dann außerdem fünf eisen das kriege ich hin schon habe ich es okay ich hätte gedacht das wird schwieriger jetzt habe ich diese dann brauche ich noch den thema den hier hin und eisen 12 und das hier weil mit dem kann ich jetzt hier rechtsklick machen dann kann habe ich darauf zugriff dann kann ich das endlich machen die truhe muss eigentlich kommt das hier weg dann setze ich die truhe gleich hierher und daran setze ich jetzt einfach die heißt logistik noch nicht die feier wohl sondern remote order basic ender und redstone dass hier dann brauche ich noch irgendwo in der perle müsste ich aber auch bevor ich die jetzt verbrauch schauen wir doch mal und da ist nicht herrin also packen wir die da rein und zu glaube ich will der nicht so ganz doch jetzt taucht jetzt verstehe ich das ist ein punkt und kein komma deshalb der hat irgendeins von den sachen die ich hier drin habe ich glaube das war das irgendwas blaues war das glaube ich das hat irgendwie so eine komische kommazahl und deshalb ist das jetzt so blöd da das hier hier das rote der hat 5,33 also das kriege ich nie ganz raus blöderweise ok aber das heißt ich kann da ein paar andere sachen reinwerfen damit ich auf das gibt was über 1000 nehmen wir doch vor eins das hier rein ja das war das burn time und nicht wie viel es wert ist das ist nicht gut nö nö das könnte man nehmen das ist auch nicht zu viel wert das hier auch nicht play den habe ich auch schon herrin dann kann ich jetzt auf jeden fall wie soll das jetzt eigentlich gemacht die brauche ich ja gar nicht weil ich habe ja schon eine und da ich das schon drin habe muss ich es auch nicht verdoppeln oh man nehmen wir hier jetzt die remote die packen wir hier mit dran dann brauchen wir als nächstes wo haben wir ihn den remote orderer diamond gears und glas das sollte auch nicht schwer sein 4 glas 10 eisen 8 gold und 8 diamanten die kommen hier in die mitte jetzt kommt außenrum das gold und jetzt außenrum noch die zahnräder die zahnräder hier hin die hier oben mit dem mache ich jetzt hier rechtsklick drauf und habe jetzt das mit dem hier verbunden das brauchen wir schon mal dann brauche ich als nächstes die polymorphic item sink dazu brauche ich die blank pattern also brauche ich vier stück brauche ich insgesamt weil ich brauche zweimal die blank pattern zwei gold und vier das ist egal das da das da und das da dann habe ich die zwei dann brauche ich nochmal zwei redstone ein eisen zahnrad und orange und zum glück bin ich her gegangen und habe hier drüben die ganze farbe drin weil dadurch kann ich jetzt sagen ich will hier einfach nochmal orange einmal und was brauche ich dann für provider modul mk2 da brauche ich das mk da brauche ich blau blau habe ich ja hier drüben drin das ist kein problem dann brauche ich aber nochmal das hier hier brauche ich jetzt habe ich eins zu viel aber egal da auch eins zu viel ich brauche einmal das hier für das teil dann brauche ich nochmal das hier und das hier jetzt hat und daraus kann ich da brauche ich noch mal eins 1 2 3 1 2 3 4 5 da brauche ich ziemlich viel eisen jetzt momentan muss dringend dann das andere bauen und mk2 dann muss als erstes hier der mk2 rein und dann der polymorph sowieso und jetzt habe ich mit dem hier oder mit dieser pipe na hier kann ich nicht draufklicken das geht bloß über den hier habe ich jetzt zugriff auf das ganze system und kann jetzt einfach sagen zum beispiel ich will hier einen stack dann klicke ich auf die 3 plus request und landet das hier drin ok jetzt hat noch das ganze ich glaube das brauche ich doch noch eins weiter nach vorne das hier weg und das hier weg das hier brauche ich nicht ich brauche einmal eine basic die basic kommt hierher dann das remote hier das hier mit dem wieder verbinden das funktioniert ok und wie soll ich hier jetzt immer hier habe ich eine basic hier habe ich eine basic hier ist eine unrooted und hier ist wieder eine basic das ist einfach ich brauche unrooted in dem fall wieder weil mit den unrooted kann ich sozusagen die zwischensteile machen und die basic braucht man an den ecken oder hier am anfang zum verbinden mit dem strom wie viel strom ist eigentlich noch da naja es geht oder naja eigentlich nicht ist bloß noch ein viertel ok jetzt auf jeden fall das nächste wäre nein na da brauche ich auch einfach bloß eine logistik chase mark 1 basic zwei eisen und drei redstone und schon habe ich die logistik die kommt hierher da vorne mache ich dann gleich noch mit ruhe dran die hier kommt hier mit hin und dann brauche ich noch welches brauche ich jetzt nochmal zum einsortieren das habe ich doch extra geschaut gehabt oder da brauche ich kein normales item sink da brauche ich ein oder geht da doch ein normales item sink das muss ich kurz schauen ansonsten muss ich halt noch ein anderes aufstellen also hole ich mir hier zwei grün Papier hätte ich vielleicht auch mit können aber eines werfe ich jetzt hier rein kurz ja das ist noch nicht drin krass dann kann ich Papier ab sofort auch besteuern aber ich glaube ich werde noch etwas mehr von diesen ganzen karten hier brauchen das hier das hier dann habe ich das schon einmal dann brauche ich jetzt das hier dann sollte ich hierfür alles haben kann ich das jetzt hier rein machen ja funktioniert jetzt zum beispiel sollte doch das funk reingehen oder nein natürlich nicht weil da das ist eine karte wo ich sachen hinterlegen muss welche hatte ich dann drin weil ich war das hier dabei normal nicht oder muss hier auch eine polymorph mit rein na da kommt eine quick search sort rein jetzt nochmal zwei Papier und dann nochmal ein diamant zahnrad 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ich glaube das na da ich ja dann eh das andere mache mit dem assemble table brauche ich dafür kein crafting rezept 1 2 3 4 das hier und dann nochmal zwei blau in dem dann das teil und jetzt das quick search jetzt sollte es funktionieren ja jetzt wird automatisch rein sortiert das funktioniert jetzt auch wenn ich hier mehrere sachen habe jetzt einfach der reihe noch hier rein packt dann geht sieht man hier den balken durchgehen wieso macht er kein innen innen war es doch auch hier drin jetzt hat er das gemacht anscheinend da hat er etwas länger gebraucht oder wieso keine ahnung probieren wir es doch noch einmal ja er macht es ok gut auf jeden fall funktioniert es jetzt dass wir hier sachen rein werfen und sie werden einsortiert und hier werfen wir kriegen wir die sachen raus das ganze kann man jetzt hat noch mit hilfe von äh ender oder wie heißt es doch ender mit einer ender chest wenn man zwei davon macht und zwei ender pouches dann stellt man die halt auf verschiedene farben ein und die pouches genauso und dann kann man einen dafür hernehmen zum rausnehmen und einen zum reintun dann könnte man sonst wo sein klickt hier drauf und sage ich will das hier das hier das hier gehe meine ender pouch und schon habe ich das ganze im Inventar ok gut das war es aber dann erst einmal wieder mit dieser Folge wenn es euch gefallen hat lasst bitte einen Daumen nach oben da und dann sieht man sich beim nächsten mal und dann sieht man sich beim nächsten Mal